Nein, der geht hier in den Keller rein. Nein, was ist das denn? Oh mein Gott, ich seh da was, ich seh da was, Leute. Die kommen. Oh, Leute, mir ist so kalt. Ey, Leute, meine Ohren frieren gleich ab. Ich brauch unbedingt was Warmes. Ich hab ne Idee, Freunde. Jetzt wieder ab sofort in meinem Shop, Leute. Die iCrymax-Mütze ist zurück. Oh ja, endlich aufziehen. Oh. Oh ja, Leute. Schon direkt viel besser. Leute, checkt jetzt meine Mütze aus mit dem gestickten iCrymax-Logo. Link in der Videobeschreibung. Und let's go mit dem Video. Hey, Leute, iCrymax hier. Was geht ab, ihr Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute. Was geht ab, Freunde? Und heute haben wir natürlich mal wieder einiges zu tun, Freunde. Und zwar müssen wir zu unserer eigenen Bank gehen, Leute. Denn da wartet natürlich mal wieder einige Arbeit auf uns. Aktuell sind wir hier in unserer Luxusbilla. Und ich würde sagen, wir müssen erst mal ganz kurz hier an unseren Kleiderschrank gehen. Und da werden wir uns natürlich jetzt hier erst mal unsere Arbeitsuniform anziehen, Freunde. So müssen wir natürlich als Banker aussehen. Ihr habt es ja schon in der letzten Folge erfahren, Freunde. Wir sind super, super reich. All unsere Geschäfte laufen extremst gut. Also wir sind hier, glaube ich, so mit der reichste Spieler auf dem Server, Leute. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Und wir haben ja auch unsere eigene Bank, Leute. Außerdem habe ich hier natürlich auch unseren Mitarbeiter. Das ist James. Ja, guten Morgen, James. Ja, super. Der legt uns hier sogar einen roten Teppich aus. Und der wird uns jetzt gleich zur Bank fahren. James, genau. Danke fürs Türaufhalten. Oh mein Gott, Leute. Uns geht's gut. Wir lassen uns hier einfach richtig schön morgens zur Bank fahren. Zack, hier von unserem Anwesen weg. Erst mal schön im Bentley, Leute. Das Leben ist gut, Freunde. Wir fahren jetzt nämlich erst mal zu unserem Job zur Bank. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier gleich mal eine neue Geldlieferung noch in Empfang nehmen. Weil ihr wisst ja, als Bank braucht man natürlich auch immer ordentlich Geld, was man verleihen kann. So, James, vielen Dank, dass du mich hier hingefahren hast. Dann später, dankeschön, später dann wieder abgeholt werden. Ja, super. Danke. Mach's gut. Tschüss. Und dann gehen wir hier in unsere Bank rein. Wir haben hier natürlich unsere Bank auch nochmal ordentlich geupgradet, Leute. Weil wir natürlich hier richtig wohlhabende Kunden haben hier in der Kramix-Bank. Ihr seht, wir haben hier zwei Securities vor der Tür. Wir haben hier Kameras. Wir haben hier so LMG- oder beziehungsweise Minigun-Geschütze, Freunde. Falls wir angegriffen werden. So, dann können wir einmal hier reingehen. So, dann haben wir hier noch ein paar Banker eingestellt. Leute, guck mal, das hier sind unsere Mitarbeiter. Hier können nämlich direkt die anderen Spieler ihr Geld gegen Netherite-Bachen tauschen. Und wieder umgekehrt. Allerdings bekommen sie da ein bisschen weniger Geld. Nämlich nur 60 Geld wieder zurück, Freunde. Damit wir natürlich auch Plus machen. Das kann man hier bei allen machen. So, zack. Hier sind natürlich unsere ganzen Mitarbeiter. Hier noch Securities. Also mit unserer Bank läuft es sehr, sehr gut, Freunde. Ja, wir gehen jetzt hier mal hinter den Tresen. Und dann würde ich sagen, wir warten jetzt einfach mal. Leute, die Bank ist ab sofort eröffnet. Was ist denn eigentlich da drüben? Ist das hier ein Dönerladen? Ist das hier ein Dönerladen? Da sollte eigentlich... Au, Leute, ich glaube, die Geldlieferung kommt an. So, da kommt mein Geldtransporter jetzt auch schon. So, yo, moin, Security. Ich muss den Weg aus dem Weg. Ich muss den Koffer holen, Sir. Ja, okay, sehr gut. Oh mein Gott, guck mal, der bringt hier den Geldkoffer rein. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Genau, sehr gut, danke schön. Ja, am besten öffnen wir den Geldkoffer im Tresorraum unten. Da sind wir nämlich richtig sicher an den ganzen Securities vorbei. So, Freunde. Jetzt hier kommt nämlich unsere neue Netherite-Blog oder Geldlieferung, Leute, die wir hier bestellt haben. Code ist 1111. Code ist 1111. Okay, danke schön. Zack, das checken wir mal. Boah. Die neue Geldlieferung für die Staatsbank ist alles vollständig. Danke schön, ich lasse sie hier noch einmal raus, einmal mitkommen. So, weil man kommt hier nur mit unserer Schlüsselkarte durch. So, perfekt. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Ja, so, die neue Geldlieferung, die müssen wir jetzt natürlich erstmal hier in unseren Tresor reinpacken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Geschütz ist falsch eingestellt. Nein, wir haben Security verloren. Oh Gott, Leute, was denn jetzt hier los? Äh, technische Probleme hier. Das kann natürlich auch mal bei unserem Sicherheitssystem passieren. Äh, das ist jetzt natürlich sehr schwer. Wie können wir das denn jetzt am besten entschärfen? Äh, wir müssen das irgendwie entschärfen, Leute. Ohne dabei zu sterben. Das wird jetzt ein bisschen schwer. Oh mein Gott. Das Geschütz dreht hier schon völlig durch. Hä, normalerweise ist das auf mein Gesicht eingestellt. Äh. Oder hat die jetzt nur auf mich geschossen, weil der Security... Ah, Leute, guck mal, das lag daran, weil der Security hier unten war. Und deswegen... Und wir standen nur in der Schussbahn. Oh Gott, Freunde, ich dachte schon, dass... Ja, okay, das funktioniert hier nicht. Das funktioniert hier nicht. Der Security, der spawnt hier immer wieder und wird dann vom Geschütz erledigt. Oh Mann, ey. Na gut, aber die Kisten sind sehr voll. Das ist schon mal gut, Freunde. Wir müssen jetzt einmal hier das ganze Geld umlagern, damit wir natürlich auch wieder Geld verleihen können an die anderen Spieler hier. Das läuft hier alles richtig gut. Einmal hier alles einzahlen. Zack, 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 zack. Okay, also die Geschäfte... Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Schnell wieder Tür zumachen. Oh nein, jetzt will der Security sich hier mit der Minigun anlegen. Bro, du hast keine Chance gegen die Minigun. Ja. Perfekt. So, und wir machen die Klappe wieder zu. Na gut, Freunde. Also ein kleiner, holpriger Start hier im Alltag von unserer Bank. Aber naja, alles halb so wild. Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz hier abchecken, ob jetzt hier mal neue Kunden kommen. Aber warte mal, was ist denn eigentlich das da drüben? Was ist denn das hier für ein Laden? Da stehen ja übelst viele Villager an. Was ist denn da los, Freunde? Wir gehen da mal ganz kurz rüber, schauen. Äh, was ist das hier? Das sieht hier... Irgendwie ist das hier so eine kleine Bruchbude, der Laden. Hier, wir gehen da einfach mal rein. Äh, ich drängel mich mal ganz kurz hier vor. Tut mir leid. So. Komm, mit Soße. Okay, ich mach Soße drauf. Kein Problem. Äh, Alphastein. Hä? Muck, willkommen beim Dönerladen. Du hast einen eigenen Dönerladen hier? Hallo, Muck. Alter. So, jetzt bei mir läuft. Guck mal, Döner gab es doch nicht in der Stadt. Döner ist ultra beliebt. Ich mach richtig Kuhl hier. Oha, krass. Ey, ich sag mal so, was kostet denn so ein Döner? Ich würde mal einen probieren. Heute ist ein special Angebot. Guck mal da unten. Da habe ich einen Preisschnitt aufgehängt. Äh, was kostet das denn? Ab dem 26.01.22 Döner-Tag Döner. Drei Euro jeden Montag? Ja, drei Euro an Döner. Super Qualität. Ey, das ist echt schon ein bisschen fast zu günstig, Leute. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich mach dir den. Ähm, let's go. Oh, 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 warte. Oh, oh, oh. Sorry, falsch. So. Oha, ey, aber Alphastein, das Döner sieht da, also das Dönerfleisch irgendwie. Ist das da Schimmel? Ist das blau da Schimmel, was da dran hängt? Nein, 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 das ist noch gefroren. Wir haben jetzt gerade das frisch rausgeholt. Dann nehme ich hier das Fleisch. Das ist schon fertig. Okay, ja, bitte. Ich will hier kein Schimmelfleisch haben. So, selbst. Ich genieße immer so eine Kohle dazu. Ähm, nee. Hast du hier keine Paulberger Limo oder was? Ähm, nein. Ah, weißt du was? Wir können Business zusammen machen. Du, ich kann dir hier kostenlosen Paulberger Limo-Automaten reinstellen. Ja, dafür musst du mir immer viel Geld geben, Max. Ich brauche sehr viel Geld für meinen Laden hier. Na gut, da können wir ja nochmal drüber reden. So, ich probiere jetzt erstmal deinen Döner. Kriege ich noch eine Pommes dazu oder was? Pommes kann ich hier auch mal machen. Kostet nochmal drei Dollar extra. Ja, hier. Gib mal noch eine Cola direkt obendrauf. Special Preis mache ich dir hier. Leute, wir testen das jetzt mal. Hier ist ein Dönerladen. Naja. Aber du weißt, wenn das hier so gut läuft, dein Dönerladen, kannst du ja bei mir drüben Geld einzahlen gehen, ne? Ja, ja. Ja, werde ich machen, werde ich machen, Max. Okay. So, dann probieren wir schon mal fertig. Danke schön, danke, danke. Die Cola holen ich kurz aus dem Kühlschrank, die Cola. Okay, Freunde, wir werden jetzt mal hier den Alphastein-Döner probieren. Und... Probier, Bro. Besser lang, besser. Direkt bitte führ mich weiter, okay? Okay, okay. Das war echt sehr nahrhaft. Ja, war lecker. Hier ist deine Cola. Ja, danke schön, danke, ja. Okay, Alphastein. Dann mach's gut, ja. Viel Spaß dir. Tschüss. Tschüss, Bro. Keine Fragen stellen, tschüss. Keine Fragen stellen, okay. Also, Leute, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin zwar nicht immer so ein Fan von Alphastein, aber freut mich, dass dein Dönerladen so gut läuft, Leute. Na gut, okay. Aber wir müssen jetzt hier mal weiterarbeiten. So, Freunde. Okay, also wir warten hier gerade in unserer Bank. So viel ist jetzt heute noch nicht passiert. An sich läuft aber eigentlich alles ganz gut hier. Meine Security sind auch am Start. Äh, ey, Alphastein, na? Ja, Max, geht, Bro. Ich will mal ein bisschen Geld von mir eins sammeln. Der Dönerladen läuft sehr gut. Alter, da stehen ja auch wirklich so viele Leute. Bei dir freut mich ja, äh, willst du ein Konto eröffnen oder einen Tresor mieten oder was willst du machen? Ja, ich mach'n Tresor am besten. Das wär' ganz gut. Ja, wo ich mir ganz Geld erlangen kann, ja. Ähm, bist du sicher, dass du einen ganzen Tresor brauchst? Ich weiß nicht, ob du mit deinem Döner da so viel Geld verdienst. Der macht echt viel Geld. Wirklich, du siehst, wie die Kunden da sind. Die kommen ohne Ende. Wir haben durch den Schlangen alles voll. Okay, dann, äh, können wir natürlich gerne machen. So, warte mal, ich schnapp mir mal hier direkt ein paar Kisten für dich. So, zack, dann kannst du... Du brauchst viele Kisten, sag' ich jetzt schon mal. Viele Kisten? Eine Kiste würde nicht reichen. So fünf Kisten, wenn ich seh'n's. Ähm, okay, wir nehmen mal sechs Stück mit. Äh, gut. Freunde, denkt ihr echt, der macht so viel Geld mit seinem Dönerladen? Äh, okay. Na gut, also, Alphastein, ne? Hier in der Bank, alles super gesichert. Doppelte, äh, Tür hier. Doppelte Sicherheit. Überall sind, überall sind Securities, überall Kameras. Willst du einmal einen normalen Tresor oder einen VIP-Tresor? Ich nehm' den, ja, wir können nochmal reingehen. Den normalen, okay. Alles klar, ist ja auch schon gut gesichert. Sag' ich dir, wie's ist. Okay, äh, wie viele Kisten brauchst du denn hier? Äh, platzier's mal ein. Dann mach Passwort 1, 2, 3, bitte. Passwort 1, 2, 3. Ähm, ich mach' mal direkt so ein paar mehr Doppelkisten. Ja, dann für später hast du mal... Wenn das dann in ein paar Jahren mal gefüllt ist, dann können wir immer noch was reinpacken. Ja, ja, ich hab' jetzt schon eine Menge dabei. Warte, wo soll ich das hindroppen? Ja, du droppst mir einfach mal auf den Boden, alles an Geld, was du brauchst. Ich such's da rein, okay. Ich werd's dann mal einzahlen. Du hast echt gute Banken, das sag' ich ehrlich. Hä? Hä? Äh, äh, warte mal, 1, 2, 3, 4. Ich hab' noch meine Hosentasche, ich hör' kurz was raus. Hä? Leute, warte mal, wie viel Geld... Hä? Wie viel Geld dropp... Oh, Leute, oh mein Gott, wie viel Geld hat der denn hier? Hä? Als ob er mit seinem Dönerladen so gutes Geld macht. Das kann doch gar nicht sein. So, zack, wir zahlen hier mal direkt alles ein. Okay, ich glaub' aber, das war's jetzt. 1,5 Stacks Geld. Äh... So, nach meiner Hosentasche rausgut. Hä? Ich hab' noch ein bisschen für dich. Hä? Äh, 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 Leute? Als ob er mit seinem... Ich hab' sie ein bisschen schneller marken in der Bank, aber es gefällt mir nicht. Ja, ja, alles gut. Die Kisten sind... Hier ist noch was. Was, da kommt da noch viel mehr? Die Kisten sind voll. Hier ist noch was. Ähm, äh, äh, ja, stopp, stopp, stopp. Tut mir leid, tut mir leid. Wir können leider nicht mehr Geld aufnehmen. Was soll das? Ja, ich sag' Bank. Ja, wir sind auch eine Bank, aber wir waren nicht auf so viel Geld vorbereitet. Leute, wir wissen gar nicht, wohin mit dem Ganzen. Hä? Ähm, warte mal, hier, das Nummer 1. Äh, äh, oh mein Gott. Äh, ja, okay, okay, okay. Ich hol' noch... Schnell mal von der Dönerbude. Wir haben da noch in der Kasse was. Äh, nee, nee, alles gut, alles gut. Fürs Erste, bitte nichts mehr einzahlen. Morgen wieder, okay? Wir müssen das ganze Geld hier erst ordnen und anlegen für sie. Und ja. Okay, okay. Äh, okay, dann. Ich lass' die mal wieder raus hier. Gott, Leute, ich weiß gar nicht, woher mit dem ganzen Geld. Äh, okay, gut, tschüss, Herr Alphastein, tschüss. Ich arbeite, tschüss. Äh, Leute, hab... Ich mein', sein Dönerladen läuft gut. Da sind viele Leute vor der Tür, aber so viel Geld? Ey, ich muss hier noch mal kurz ein paar Kisten, um mir was alles voll zu machen. Freunde, findet ihr das nicht auch ein bisschen verdächtig? Und ich mein', wir alle kennen Alphastein. Der macht ja irgendwie auch gerne mal ein bisschen was Kriminelles. Ich mein', der hat ja damals auch mal irgendwie unter seinem Lidl da seine Gelddruckmaschine und sowas gehabt. Aber ich weiß nicht, denkt ihr, der macht noch mal sowas? So, zack. Wir müssen uns hier noch mal ein paar Kisten holen, Leute, weil das passt da gar nicht alles rein. Ähm, okay, ich weiß echt nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. So, zack. Wir werden jetzt mal noch das restliche Geld da unten einmal einzahlen. Ich glaube, wir sollten der Sache noch mal ein bisschen auf die Spur gehen. Ich muss jetzt hier erstmal noch mal alles einzahlen. Aber was haltet ihr davon, wenn wir uns da mal einen kleinen Überblick verschaffen? Weil ich sag' euch ehrlich, Leute, das erscheint mir doch alles sehr verdächtig. So, alles eingezahlt. Eins, zwei, drei, vier. Ey, die ganzen Kisten hier sind schon wieder voll, Leute. Ey, das hört hier gar nicht mehr auf. Das hört hier gar nicht mehr auf. So, okay, okay, mehr geht nicht. Der Tresorraum ist voll. Wenn, dann muss er noch einen zweiten mieten. Es ist hier voll. Das ist hier voll, Leute. Ich kann hier nichts mehr platzieren. Warte mal, hier können wir vielleicht noch eine Doppelkiste draus machen. Aber dann ist jetzt hier Schluss. Also, es tut mir leid, Herr Alphastein. Das restliche Geld ist jetzt Eigentum der Bank. Wird jetzt auf das bankeigene Konto eingezahlt. So, das ist dann jetzt hier, weil der Tresorraum ist voll. Mehr geht nicht. Es erscheint mir aber wirklich alles ein bisschen sehr suspekt, als ob er mit seiner Dönerbude... Ich meine, guck mal, Leute. Er verlangt drei Euro pro Döner. Wie viele Döner muss er denn verkauft haben, um so viele Kisten voll zu machen? Ich sag euch, wie es ist. Wir sollten den mal ein bisschen beobachten, weil als staatlich anerkannte Bank müssen wir das natürlich auch der Polizei melden, wenn wir vermuten, dass hier illegales Schwarzgeld gemacht wird. Und deswegen werde ich den mal hier ein bisschen beobachten, Freunde. Wir gucken mal, ja. Was macht der denn da drin so? Der macht da seinen Döner. Okay, Leute sind da drin, bezahlen was. Aber da kann ja gar nicht so viel Geld... Also, das geht ja gar nicht, Leute. Das geht ja gar nicht so. Da gibt der Döner raus. Okay. Okay. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht hier ein bisschen anfängt, die Kasse zu manipulieren, Leute. Warte mal, wo läuft der denn jetzt hin? Wo läuft der denn jetzt hin, Freunde? Okay, er läuft irgendwie... Läuft der da hinten gerade weg? Läuft der da... Wo läuft der hin? Der läuft hier in den ITs Waschsalon rein. Der ist hier hinter der Kasse. Hier, was... Hä? Hä? Leute, der geht hier... Nein. Der geht hier in den Keller rein. Gibt es hier überhaupt einen Keller, Leute? Hier muss ein versteckter Keller sein. Hier muss ein versteckter Keller unter diesem Waschsalon drunter sein. Leute, das ist ganz komisch hier alles. Das ist hier alles ganz komisch. Ich glaube, Alphastein kommt hier wieder raus. Oh, der darf nicht wissen, dass wir den gesehen haben. Wir gehen hier mal um die Ecke. Okay, also irgendwas macht der da immer. Also, okay. Hä? Guck mal, wie viel Geld... Der verliert hier das ganze Geld aus seinen Taschen. Und jetzt geht der wieder in seinen Dönerladen da rein. Und jetzt packt er da... Jetzt packt er das ganze Geld in seine... Äh, in seine Kasse rein. Oh mein Gott, Leute. Das ist echt alles ganz, ganz komisch, was hier passiert, Freunde. Ich glaube, wir sollten der Sache mal hier ein bisschen auf die Spur gehen. Okay, wir gucken uns mal um. Also, der war hier irgendwie im Keller drin von diesem Waschsalon. Ich vermute hier fast, Freunde, dass hier nicht nur Wäsche gewaschen wird, sondern dass hier auch noch Geld gewaschen wird, Leute. Okay, also irgendwo muss es hier diesen Geheimgang geben. Ich glaube, der ist irgendwo hier hinten in diesen Keller reingegangen, Freunde. War das hier? Irgendwo muss es hier in einen geheimen Kellereingang... Oh mein Gott, wir sind im Boden drin. Nein. Nein, Leute. Nein, was ist das denn? Oh mein Gott, Leute. Alphastein hat es wieder getan. Alphastein hat eine geheime Gelddruckmaschine, eine illegale Gelddruckmaschine gebaut. Oh mein Gott. Guck mal, hier wird die ganze Zeit Geld gedruckt. Oh mein Gott, Leute. Ey, das erklärt so einiges, woher das ganze Geld kommt. Natürlich verdient er das nicht mit seinen Dönern. Freunde, der wächt das hier. Der wächt hier sein illegal gedrucktes Geld, damit das dann wie so benutztes Geld aussieht, was er mit seinen Döner, mit seinen fettigen Döner hinten da verdient hat. Alter, und hier hat er nochmal einen geheimen Geldtresor. Freunde, das ist richtig krass. Okay, er macht es wieder. Er macht hier wirklich wieder was Illegales. Damals haben wir ihn schon mal gestoppt. Jetzt macht er das Ganze, glaube ich, noch professioneller, weil die Gelddruckmaschine sieht noch krasser aus. Ich weiß auch gar nicht, wie er da rankommt. Das läuft hier irgendwie rein, das droppt da rein. Irgendwo muss man hier an diese Kisten rankommen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich will auch hier gar nichts mit seinem illegalen Geld zu tun haben. Wir nehmen hier nur ein bisschen was mit als Beweismittel für die Polizei. Und wir werden ihn überführen, Leute. Ja, so ein Ding ist das. Und wisst ihr was? Ich werde hier Alphastein auch mal konfrontieren jetzt. Ich werde ihn jetzt konfrontieren damit. So, Alphastein. Max, hallo, was machst du für ein Döner? Ich weiß, dass du illegales Geld machst. Was soll ich machen? Kannst du es wiederholen? Ich weiß, dass du illegales Geld machst. Illegal? Wer soll illegal sein? Ich weiß von deiner illegalen Geldfabrik unter ITs Waschsalon. Ja, der Döner ist hier in meiner Geldfabrik. Nein, 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 nicht der Döner. Ich habe gesehen, wo du hergekommen bist. Guck dir mal an, was ich als Beweis habe. Das sind die markierten Geldscheine aus deiner Gelddruckmaschine da. Hä? Ja. Ich war da drin unter dem Waschsalon. Ah, da wird nämlich nicht nur Kleidung gewaschen in ITs Waschsalon. Hä? Nein, da gibt es keinen Keller. Ich habe deinen Keller gesehen. Also es tut mir leid, Alphastein. Was du mit deinen illegalen Geschäften machst, ist mir egal. Sollst du machen von mir aus. Ich werde das aber der Polizei... Ich habe keine Zeit für so einen Kindergarten. Ich muss weiter arbeiten. Und das Geld, was du eingezahlt hast bei mir, wird beschlagnahmt. Nein, du gibst ja ein Video. Das wird beschlagnahmt, weil es illegal ist. Alter, mach deine Döner-Mariete weg. Geh mal Geld dir. Nein. Nein, ist illegales Geld. Ich werde zur Polizei gehen. Ich werde es bei der Polizei mailen. Ich werde in der Bank einbrechen. Die Polizei gehört eh uns. Das weißt du. Alter, was? Eh uns? Warte mal. Ich glaube, Alphastein hat sich gerade verplappert. Er macht doch noch illegale Sachen mit Don Alpha. Nein, nein, nein. Ich mache Döner. Ich mache Döner. Als Angebotsspezialpreis 3 Euro. Freunde, dieser Dönerladen von ihm ist nur Fassade. Die machen da illegale Geldwaschsachen und so. Ey, Freunde, ich werde das auf jeden Fall melden. Ich werde das auf jeden Fall der Polizei melden. So, wisst ihr was? Ich werde da jetzt zur Polizei rüber gehen. Ist mir egal, Freunde. Ist mir egal, ich werde das melden. So, wir werden da jetzt eine Hausdurchsuchung machen bei dem. Oh, Leute, wir müssen jetzt hier ganz schnell rüber. So, wir machen ja hier alles auf legalem Wege. So, Polizei, Polizei. Guten Tag, was kann ich für Sie tun, Polizei? Ich will eine Anzeige machen wegen illegalem Gelddruck. Anzeige wegen illegalem Gelddruck. Ja. Ich notiere. Ja, haben Sie Beweise? Ja. Gucken Sie sich mal das Geld hier an. Warte. Ja. So, und jetzt im Vergleich damit. Aha, aha, aha. Ja. Ja, es sieht nach einer Fälschung aus. Genau. Komm, ich zeige Ihnen das. Ich zeige Ihnen das, wo das ist. Na gut, Einsatz. Oh, Leute, komm, wir stürmen das jetzt. Wir stürmen das. Check, check, wir haben einen Einsatz. Check, check. Ja, oh mein Gott, perfekt. Haha. Jetzt ist Ende für Alphastein. Ich wusste, der macht noch was Illegales. So, wir gehen da jetzt mal hin mit der Polizei. So, machen Sie da direkt eine Razzia-Hausdurchsuchung und sowas. Ja, wo, wo, wo denn wo denn? So, und zwar hier in dem Waschsalon, hier drin. Ja, ja. So, und zwar befindet sich nämlich hier einmal unten, kann man hier reingehen. Warte mal, wie macht man das denn auf, Leute? Ja, hier ist ein normaler Waschsalon, Sir. Warte mal, das ist komisch. Die haben, glaube ich, hier die Tür zugemacht. Sir, war das ein Prank von Ihnen, Sir? Nein, nein, wirklich, man konnte hier gerade eben durch. Sir, Sie verschwenden meine Zeit, Sir. Nein, 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 warte, warte. Ich muss hier, ich breche hier den Boden auf. Gucken Sie doch, wenn man hier den Boden aufbricht. Gibt es hier einen geheimen Gang, Sir? Hä? Warte, das ist wieder, die haben, die haben das hier zugemacht. Ey, macht meinen Boden kaputt. Die haben das hier zugemacht. Sir, Sie kriegen eine Anzeige wegen, ähm, ja, Strafe. Die Anzeige gegen den Stirn, der macht meine Fliesen kaputt. Wegen Sachverständigen würde ich die Anzeige. Ey, Polizei, Sie müssen mir wirklich glauben. Haben Sie einen Bohrhammer? Was soll das sein, hier ist gerade nicht. Wir müssen das aufbrechen, den Boden. Das wird ein Bußgeld von fünf Steaks an Alphastellen, ja? Ja, ich mach den Boden auf. Was, jetzt muss ich hier noch Bußgeld zahlen? Da ist nix, da ist nix, ja. Fünf, äh, fünf. Officer, Sie müssen mir glauben. Wieso, hier ist die Strafe für Sie. Oh, jetzt hab ich noch eine Anzeige hier gekriegt, oder was? Das ist ein anderes Hausverbot. Alter, Mann, ey. Bitte verlassen Sie so gut das Gelände und Sie dürfen sich auf dem Gebäude hier auf zehn Meter nicht mehr näher. Ja, alles gut, will ich gar nicht. Alter, ey, Leute, nein, die Polizei wird mir nie wieder glauben und wird mir auch nicht helfen dabei. Das heißt, Freunde, wir müssen Alphastein ganz alleine aufhalten und müssen ihm das Handwerk legen, Leute. Wir müssen ihn jetzt nur mal beobachten. Wir müssen ihn mal beobachten, Freunde. Was macht er denn so? Wisst ihr was? Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt bestimmt irgendwie sein Geld wegschaffen muss, weil er hat ja gerade seine Gelddruckmaschine zugemacht, den Geheimraum. Er will das bestimmt irgendwie die ganzen Beweise da wegschaffen, Freunde. So, wir gucken ihn mal an. Bestimmt hat er sich schon Hilfe von seinem Don Alpha oder seinen Mafia-Kollegen gerufen. Guck mal, der hat ein Handy in der Hand. Ich glaub, der telefoniert gerade. Bestimmt ist er da gerade am telefonieren, Freunde. Was macht er denn da? Okay, okay. Wisst ihr was? Ich werde ihn jetzt einfach mal weiter beobachten. Wir gehen da mal näher ran. Vielleicht hören wir dann auch was. So, was macht er denn jetzt hier? Okay. Was ist da, Leute? Oh, der Transporter. Wo ist der Transporter? Da ist Ente. Warte, ich hole ihn. Ich hole ihn. Transporter? Wir brauchen ihn ganz wichtig. Los. Oh mein Gott, Leute, die holen den Geldtransporter. Die wollen das Geld wegschaffen. Die wollen das Geld mit einem Geldtransporter wegschaffen. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Okay, okay. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen uns da auf jeden Fall darum kümmern. So, die Frage ist nur, solange die hier mit dem Geldtransporter beschäftigt sind und das Ganze umladen, habe ich mir nämlich schon einen krassen Plan überlegt, wie wir den Geldtransporter gleich überfallen können. So, warte mal. Wir gucken jetzt mal. Oh, da kommt der schon angefahren mit dem Geldtransporter. Das Ding ist ja, die haben richtig viel Geld gedruckt. Deswegen werden die auf jeden Fall ein bisschen brauchen, um das da alles einzuladen. Ich hole es auch. Ich hoffe, hier wird niemand sehen, Leute. Wirklich. Passt drauf auf, okay? Okay, die schaffen das alles weg. Die schaffen das alles weg. Die wollen das bestimmt zum Don Alpha anwesend bringen. Und deswegen werden wir da einfach so eine Straßenbarrikade aufstellen. Und da werden wir dann den Geldtransporter überfallen. Leute, wenn die Polizei uns nicht hilft, müssen wir das eben selbst in die Hand nehmen, Freunde. Okay, ich werde da jetzt mal so eine kleine Baustellenbarrikade errichten. Okay, Freunde. Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Wir ziehen jetzt erstmal hier unsere Bankklamotten aus. Und zwar da vorne steht schon mein Fluchtwagen, diese G-Klasse. Hier kurz vor der Brücke möchte ich hier die Falle aufstellen. Und zwar habe ich mir hier auch schon einige Sachen zurechtgeholt. Wir ziehen natürlich erstmal unser Bauarbeiterhelm auf, damit alle denken, ich wäre da ein Bauarbeiter, Freunde. So, dann nehmen wir uns hier so ein paar Barrikaden. Zack, hier ein Bergbauwerkzeug, um den Transporter aufzubrechen. Noch so ein paar Spikes, damit die Reifen platzen. Okay, und damit sollte das dann hier eigentlich alles klappen, Freunde. So, dann stellen wir jetzt hier erstmal... Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Nee, warte mal. Das ist eigentlich ein bisschen doof, was ich mache. Das muss ein bisschen weiter hinten auf der Brücke erst sein, damit die da keinen Weg haben, um abzuhauen. So, hier richtig schön, wo Wasser ist, Leute. Da können die dann gar nicht mehr abhauen. Oh, das ist perfekt. Hier ist perfekt, Leute. So, zack, zack, zack. Dann stellen wir direkt hier noch so ein paar Hütchen auf. So, zack, zack, zack. Damit die hier auch wirklich schön in der Mitte fahren müssen. Dann können wir nämlich hier diese Nageldinger hinsetzen. So, optimal. Dann mache ich nämlich so, als wäre hier eine Baustelle. Genau hier müssen die durchfahren. Und da werden wir dann die Nagelbänder aufstellen. Perfekt. Und um dann ganz auf Nummer sicher zu gehen, damit die hier hinten nicht mehr durchkommen, machen wir hier so richtige Straßenblockadenblöcke, Leute. Da können die dann nämlich nicht mehr durchfahren. Da wird das Auto dann aufgehalten. Okay, perfekt, Freunde. Jetzt nur noch schnell die Spikes hier einmal hinsetzen. Und wenn mein Plan aufgeht, müssten dann hier die Reifen von denen platzen. Und die müssten dann da hinten dagegen crashen, Freunde. Und dann können wir die überfallen. Okay, wir sind ready für den Überfall. Wir sind ready für den Überfall. Ich mache jetzt mal so, als wäre ich nur so ein harmloser Bauarbeiter. Die müssten jetzt, glaube ich, irgendwann demnächst hier mal angefahren kommen. So, wir sind hier auf Baustelle. Wir sind hier auf Baustelle, Leute. Okay, ich hoffe natürlich, dass die das jetzt hier auch wirklich zum Don Alpha Anwesen bringen wollen. Nicht, dass die woanders hinfahren. Okay, Freunde. Also, ich bin auf Position. Jetzt ist nur noch die Frage, wann die hier ankommen. Okay, ich kann die immer noch nicht sehen. Aber meine Sichtweite hört auch da hinten bei Stani Performance auf. Oh mein Gott, ich sehe da was. Ich sehe da was, Leute. Die kommen. Die kommen. Warte mal. Ist da noch einer außen auf einem Motorrad? Ist da noch einer außen auf so einem Begleit? Oh mein Gott. Okay, die haben da sogar ein Begleitfahrzeug. Ich muss jetzt wie so ein Bauarbeiter machen. Unauffälliger Bauarbeiter. Bausteller. Was ist denn hier? Bausteller. Oh mein Gott, die Reifen sind geplatzt. Die Reifen sind geplatzt. Okay, sehr gut. Zack, 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 zack. Erstmal um die Begleitperson kümmern. Lauf, Leute, lauf, 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 lauf. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, wir müssen nachladen. Wir müssen nachladen. Oh nein, 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 Leute. So, sehr gut. Das Fahrzeug ist gecrashed. Da ist Ente. Wir müssen alle ausschalten. Alfa. Oh mein Gott. Schick dich. Okay, Ente down. Ente ist down. Wir müssen noch Alphastein ausschalten. Warte mal. Erstmal die andere Wache da. Die andere Wache noch ausschalten. Oh mein Gott. Komm, nachladen, nachladen. Und Angriff, Angriff, Angriff. Okay, der Bandit wurde auch erschossen. So, Alphastein. Ich kann es blönen. Alphastein, Hendo. Ich muss jetzt an Alfa, bitte, sonst besiegt er mich. Ich weiß, dass du illegale Sachen machst. Ich kann nicht dafür. Ich arbeite für ihn. Ja, ist mir egal, was du machst. Ich werde jetzt hier die Tür aufbrechen. Bitte nicht, du brauchst das Geld. Bitte. Oh ja, schön die gepanzerte Tür aufbrechen, Leute. Wir bohren auf. Oh mein Gott. Da kommt das Geld. Da kommt die Geldscheine. Hey, Alphastein. Abstand. Abstand, Junge. Okay, okay, okay. Okay, die Tür ist aufgebrochen. Guckt euch mal an, wie viel Geld da drin ist. So, das waren wir hier mit deinem illegalen Geld. Geld bringt dir nichts. Ich gehe das melden, weil das kein echtes Geld ist. Das ist gedrucktes Geld. Ja, aber wer sagt, dass das auffällt? Ich lasse das einfach in meiner Bank unterfließen mit dem ganzen echten Geld. Das werde ich zur Anzeige bringen, Crimex. Werden wir nicht vorgehen? Ach, meinst du, die Polizei wird dir glauben? Mir gehört die Polizei, Crimex. Aber um deine Gelddruckmaschine werde ich mich auch noch kümmern, Junge. Die kriegst du niemals. Was wird noch die Frucht gesichert? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh mein Gott. Wir haben alles im Angestellten. Leute, mein ganzes Inventar ist so voll hier. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal schnell in den Fluchtwagen rein. Nicht, dass irgendwie hier gleich noch Wachen oder so von diesem Don Alpha kommt. So, jetzt mal schnell hier wegfahren. Schnell hier wegfahren. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Alpha Stein mich jetzt hier verpfeift, Freunde. Schnell in die G-Klasse rein. Oh, Leute, easy. Schön hier mit dem Fluchtwagen zu unserer Bank fahren. Gar kein Problem, Freunde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, dass irgendwie Don Alpha jetzt kommt und sich hier rächen will. Deswegen, ich werde hier mal direkt meine Securities einmal scharf schalten, Freunde. So, zack, schön anheuern. Aber ihr bleibt auf jeden Fall mal hier vorne stehen. So, zack, hier stehen bleiben. Okay, okay, ich mache mal meine ganzen Securities scharf. Also, falls wir hier gleich angegriffen werden, Freunde. Hier muss der erstmal reinkommen. Hier in meine Festung, Freunde. Das wird der nicht schaffen, hier reinzukommen. Ich sage euch, wie es ist. Das ist gefühlt unmöglich. Äh, ey, wer schießt hier auf mich? Wir stehen unter Beschuss. Was? Ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Die greifen ja jetzt schon an. Los, los, packt ihr euch, Securities, packt ihr euch. Da ist schon der erste Bandit. So, zack, ausgeschalten. Okay, sehr gut. Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier sogar mal meine Alarmsysteme scharf schalten. Jetzt wird es richtig krank. Jetzt wird es hier richtig krank werden, Freunde. Okay, und zack. PvP-Einstellung ist an. Okay, hier auch einmal die PvP-Einstellung anmachen. So, wer traut sich jetzt hier zu mir? Ja, okay, wir gehen rein. Da ist schon wieder der Nächste, da ist schon wieder der Nächste. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie viele? Wie viele? Oh mein Gott, rein, 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 rein. Los, 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 Security. Kommt doch, kommt doch. Traut euch doch hierher. Oh... Los, 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 packt ihr euch, packt ihr euch. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, die stürmen die ganze Bank. Die stürmen die Bank, die stürmen die Bank, die stürmen die Bank. Security, schützt mich. So, haha. Mein Geschütz hat die hier richtig auseinandergenommen. Versucht doch mal hier reinzukommen in meine Bank, Junge. Zack, 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 weg damit. Oh mein Gott, Leute. Ich sage euch, wie es ist, meine Bank ist wirklich eine Festung. Die ist uneinnehmbar. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das soll es für die heutige Episode gewesen sein. Wir haben uns auf jeden Fall mal wieder mit Alphastein und seiner Mafia angelegt und haben den Geldtransporter von denen überfallen. Dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haute rein, Leute. Euer Kramitz. Und bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020